Konrad Da geht die Türe auf den herein Im schnellen Lauf springt der Schneider in die Stimme zu den Daumen wird schon gut bei Jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere Die Daumen ab mit der großen schwarzen Schere Hi, da schreit der Konrad sehr Aua, das tut mir weh Als die Mutter kommt nach Hause Sieht der Konrad traurig aus Ohne Daumen sieht er dort Die sind alle beide fort